schönen guten tag mein name ist christian meyer und ich bin seit zweieinhalb jahren für bodan in der einkaufsabteilung tätig die einkaufsabteilung bei uns bei der firma bodan besteht aus zehn mitarbeitern und einer davon ist unser einkaufsleiter der alex worms die mitarbeiter oder die kreditoren sind für die mitarbeiter in die hauptwaren gruppen eingeteilt und somit werden auch die hauptwaren gruppen von den einzelnen einkäufern schwerpunktmäßig aufgeteilt ich bin für die warengruppen trockensortiment unter anderem aufgeteilt in kaffee kakao schokolade und süß und salzgebäck zuständig die hauptaufgaben aber eines einkäufes bei bodan liegen hauptsächlich in der disposition der organisierten tagesbetreuung der kreditoren und hersteller zusätzlich sind wir noch für marktanalysen sortimentsgestaltung und auch herstelleraktionsplanung und neueinführung zuständig besonders spannend an der arbeit im einkauf finde ich die sortimentsgestaltung um unseren ladnern die ware zur verfügung zu stellen die sie in ihrem tagesgeschäft benötigen denn hinter dem einkaufsteam steckt viel mehr als nur einkaufen der erste schritt für frische bio lebensmittel auf dem weg in ihren laden bis zum nächsten Mal